Intro gesucht Hey Fred, ich hab Hunger! Auf in die Küche! Hey, willkommen zu Let's Cook! How are you? Wir brauchen Paprika, Toastet, Tomatenmilk, Schrägstrich-Curry-Sauce, Käse, Wurst, am besten Schinken, aber wir können haben Salami oder die Flügel-Gutsam-Pastille, Ananas, die schon 10 Tage im Kühlschrank steht. Platzieren Sie die Toastet auf ein Bockblech Ihrer Wahl. Platzieren Sie die Wurst auf den Toast Ihrer Wahl. Platzieren Sie die Toastet auf auf den Toastet. Dann die 10 Tage alte'lle Ananas. Platzieren Sie die Toastet auf den Toastet auf den Kn некоторhaft abgelfeidet. Platzieren Sie die Soße auf die Flügel- buyersituieren Sie die Toastete. Platzieren Sie Ihren Paprika über die Toastete. Platzieren Sie die Pizza-Fderung und machen den le międzyоре. Platzieren Sie die zähneider Oxien-Pleuteatung oder die Tonид Dante-Gebäckung und machen das 어디 bin! Team drehen Sie die Toastetante-Sauce. Dann kommt der Käse drauf. Und im nächsten Schritt kommt das Ganze in den Bockofen. Zwischen Trinken können sie sich noch episch mit ihren Geschwistern werden. Nach etwa 5 bis 10 Minuten sind die Arbeithose fertig. Wie sicherlich einigen aufgefahren ist, haben wir drei Toastee gemacht. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Um sicher zu gehen, dass die Toastee auch gut sind, setzt man sie vorher dem Kader oder dem Hund vor, damit die testen können, ob das in Ordnung ist. Dann kann man die Toast essen. Und schon wissen wir, dass die Toast gut ist. Dann auf einen guten Appetit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.